Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, vielleicht seht ihr es schon, ich habe hier meine neue Kamera. Und ich habe eine Ankündigung oder, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich euch was sagen. Und zwar möchte ich jetzt, okay, es ist jetzt nur ein Titel, ich möchte wieder Daily Vlogs machen. Und zwar mit dieser Kamera, damit ich einfach so ein bisschen lernen kann, mit dieser Kamera zu filmen, wie sie so filmt, was für Einstellungen ich nutzen muss und so weiter. Ich gucke die ganze Zeit oben in den Bildschirm, statt hier in die Linse. Ich hoffe, es ist aber nicht so schlimm. Sieht natürlich auch wieder komplett scheiße aus. Da kann ich einfach noch ein bisschen so mit meinem Fun unterwegs sein, einfach so mit dem Auto, ein bisschen hier rumgegurkt durch den Ort und den Staat und so weiter. Und davon gebe ich jetzt ein paar Aufnahmen, da kann man auch sehen, die Lowlight Performance und all sowas. Und ja, dann, ja, war's das, haut rein, viel Spaß noch damit und ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017